Hey Leute, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen könnte. Andere Leute müssen auch scheißen. Wisst ihr Bescheid? Was macht ihr eigentlich mit dem ganzen Scheißhauspapier? Pflastert da mit euer Wohnzimmer? Oder was? Also, na und, God Boy! Und vergesst bloß nicht, den Arsch abzuwischen. God Boy, die Kaffee-Safe-Girls. God Boy, die Kaffee-Girls.